Stopp! Hä? Was zum Teufel machst du da? Was denn? Junge, du nutzt jetzt seit über sechs Jahren dasselbe fucking Intro für jeden Scheiß. Wieso? Ich mag das Intro. Das Intro ist ja nicht das Problem. Du bringst hier jetzt gleich ein künstlerisches Meisterwerk. Ja, aber da kann ich doch trotzdem... Du kannst doch nicht einfach dieses glorios, bombastisch, majeströs, eloquent geschnittene, preisgekrönt und über jeden Zweifel erhabende Gesamtkunstwerk mit deinem billigen 9815 Intro versehen. Ja, was soll ich denn jetzt sonst machen? Nee, 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 geh mal weg da. Was machst du denn jetzt? Was findest du jetzt? Schau mal. Schau mal das ist ein Intro was du brauchst! Aus der Tasse speit der Kaffee gut Kaffee, ich trinke Kaffee Es ist ein Reisgetränk, das ich einer Butter schenk Kaffee, ja ich trinke Kaffee Es ist ein Reisgetränk, das ich mir in die Tasse schenk Kaffee, frisch aus der Tasse Es ist ein laumerisches Getränk, wenn du jetzt ein Aromaschenk Kaffee, ja ich liebe Kaffee Wenn ich mal zwei schlafen muss, dann nehm ich Kaffee einen Kuss Trink nicht zu viel Kaffee, sonst wirst du ganz in der Lied Du kannst du nicht mehr schlafen, anwalt dich mal nicht Kaffee, warum bleibt mein Kaffee? Für das Maune heißt es euch an, ich will so ein Neuerbruch Kaffee, ich baue mir Kaffee Kaffee, und es geht ja voll, da ich mir neuen Kaffee Kaffee, frisch aus Guantanamo Und so Pio und so frisch Stelle ich ihn hier auf deinen Tisch Kaffee, scheiß heißer Kaffee Verbreit mich, falls er verkehrt, ich breit mein Winter heiße Zeig nicht so viel Kaffee, sonst wirst du ganz in der Lied Kannst du nicht mehr schlafen, anwalt dich mal nicht Kaffee, komm und jetzt Lied Kaffee Das war, glaube ich, der bescheuertste Song, den ich jemals produziert habe. Ich sage schon mal danke fürs Zuschauen. Ich bin hier jetzt gerade noch auf so einer Traktorspur in einem Rapsfeld. Man sieht auch durch diese Kamera da, dass ich gerade noch am Drehen bin. Aber ich werde das jetzt bald dann mal zusammenschneiden. Das ist so ein Instant-Kaffee. Ich habe nicht mal richtig vernünftige Scheiben genommen für den Dreh jetzt, weil hier jetzt so viel verschüttet wird. Deswegen ist das so ein Instant-Scheiß. Nicht so geil, finde ich. Ist nicht so geil. Von daher sind meine Reaktionen auch relativ echt. Vielen Dank auf jeden Fall an alle, die mitgemacht haben. Und ich würde sagen, Prost! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.